Musik Oh, das ist doch zum verrückt werden. Aber ich glaube, wir sollten wirklich unten lang wieder gehen. Wie wir es jetzt gemacht haben. Das ging eigentlich ganz gut. Auf jeden Fall besser als oben lang. Warum bist du denn schon tot? Verdammt, jetzt kriegst du den ja. Ich wollte meinen Charakter wechseln. Na, egal. Yo, läuft. Scheiß Granatwerfer. Kann ich gar nichts mit anfangen. Nicht schlecht. Ja, manchmal fängt aber auch der Erfolg vom Level davon ab, was für eine tolle Waffe man kriegt. Boah, ey, wir sind schon jetzt fast eine Stunde an diesem Kacklevel dran, ey. Ich weiß es nicht. Komm, wir gehen hier unten lang wieder. Hier unten war besser. Ja, nee, ich bin tot. Oh, ich bin tot. Boah, dass sie ihre scheiß Granaten dann fallen lassen. Ja, gibt's doch nicht. Oh, ich bin Mr. Anderson. Äh, wo bist du? Du bist oben auf den Dingen drauf? Wie hast du das denn gemacht? Das ist ja mal geil. Das ist ja mal ein geiler Trick. Fuck, ich bin tot. Hättest du mal jetzt durchziehen müssen. Und ich spring wieder genau in diese scheiß Kreissägen-Dingen. Du warst Rocketeer, ne? Ja, der kann sehr hoch und sehr schnell hoch springen. Wahrscheinlich deswegen. Das ist eigentlich gar nicht vorgesehen, denke ich. Ha. Ja, klar. Ach, Mann. Mann, ey. Ach so. Einer lebt noch von meinem. Nein. Das ist so scheiße. Der Level ist so scheiße. Ey, ich bin Mr. T. Wahrscheinlich Mr. Bro. Oh, gar nicht, ne? Ach so, ist ja auch nichts Neues. Das ist der mit dem Flammenwerfer. Okay. Jetzt kriegst du das noch nicht mal am Anfang hin. Aber jetzt ist es gut, ne? Lass die unten lang gehen. Ich bin nicht mehr. Also lasst das, was ich jetzt nicht mehr in myade organisatoren Ninebeider. Ja, ich bin ein paar người. Losseh und die Daubvan von Ler zombies bringen. Und das war wunderbar. Ja, ich bin kein gloves象. Ich bin ein paar, drei분 zu Antaus 12. Ich bin ein paar Leute. Gehr conditioner. Ja, ich bin ein paar Sachen. Ja. Ich bin je. Ich bin mir Ärger. Ange! Ich bin je. Ich bin echt, ja. Boah, alles weg. Nein! Boah. Ich kann dieses Mission Failed gleich nicht mehr sehen. Gleich ist vorbei. Nein, warum bist du denn schon wieder tot, ey? Okay. Okay. Einfach hier unten abwarten. In der Ruhe liegt die Würze oder so ähnlich. Nein, ich bin tot. Ich buzzer, nee. Blade, nein. Der ist ja sowas von nutzlos hier für jetzt. Ja, das kann ich nicht erledigen, da. Ich komme da nicht dran. Das musst du machen. So, jetzt müssen wir das Sägeblatt schaffen, zu parieren. Warte, ich mache das schon. Nee, sag nicht, du bist tot. Noch ein bisschen auf einmal tot. Nein. Das ist doch kacke. Nein. Warum warst du denn auf einmal tot? Was ist denn da los gewesen? Da waren doch gar keine Feinde mehr. Das? Okay. Das ist doch nicht wütend. Boah, ich warte einfach ab. Wenn man nämlich dann so vorrennt, dann explodiert man mit. Boah. Lebst du noch? Ja, Tatsache. Pass auf, die Säge. Pass auf. Nein, ich sag noch, pass auf und ich sterbe selber. Ich fass es nicht. Pass auf, unter dir ist einer, den kannst du retten, glaube ich, irgendwo. Ja, genau, dann sind wir wieder zu zweit. Das wäre natürlich jetzt nicht so optimal. Boah. Ah, okay. Nein! Ich wusste nicht, dass das eine Rakete ist, die ich so fernsteuern kann. Ist das eine Scheiße? Aber wir kommen immer weiter. Zwischendurch. Was ist denn bei dir da jetzt los? Mann, Mann, Mann. Oh, ich war doch auf dem Weg nach oben, ihr Spacken. Ja, macht nix. Wir schaffen das schon noch. Nicht den Mut verlieren. Unten lang. Komm. Und vergess nicht das Sägeblatt. Und wie kommen wir jetzt hoch? So. Nein! Oh, und ich gehe da noch so bereitwillig rein in diese Scheißgranate. Ne, da gehst du wieder zurück. Warum gehst du denn zurück? Oh, langsam fehlen mir da echt die Worte, um das zu beschreiben. Du gehst zurück. Oh. Hä? Was ist denn jetzt los? Komisch. Och, nee. Oh, die muss ich sofort eintauschen. Unten lang. Nicht, dass du Dings vergessen. Pass auf. Runter, runter, runter. Ich habe noch gesagt, runter. Das ist das Beste, was man dann machen kann. Einfach in Sicherheit gehen. Das habe ich schon gelernt. Naja, und als Conan sowieso. Ich kann ja hier nicht wirklich viel ausrichten. Ich kann ja hier nicht viel aus. Also bin ich auch. Ich kann ja hier nicht mehr ausrichten, was am S. Ich kann ja hier nicht mehr ausrichten. Aber das ist ja hier nicht mehr aus. Irgendwie. Ich kann ja hier nicht mehr aus. Es kann ja hier nicht mehr aus. Irgendwas. Puh. Okay, ich bin zwar tot, aber der erste Abschussding ist kaputt. Nein, ich bin schon wieder tot. Oh. Ey, ist die Stage scheiße oder ist die einfach scheiße? Oder sind wir scheiße? Wir kann eigentlich gar nicht sein. Ah, den muss ich heute ja wieder eintauschen, ne? Der hat ja wieder hier diesen Granatwerfer. Kann ja gar nichts mit. Ah, immer in das Sägeblatt. Und weg, 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 weg. Scheiße. Nicht mehr weggekommen. Boah, das ist ja gesprengt. Nee, passt fast. Mal ohne Scheiß, ja mit dem Raketenwerfer ist doch echt das Beste, was man haben kann, oder? Scheiße. Außer in solchen Situationen. Was mache ich denn das jetzt? So. Nein! Nein, warum erscheinen denn hier wieder Granaten von Gegnern? Was ist das denn? Nein, ich bin runtergefallen. Ich lebe aber noch. Ich bin unten. Ja, du hast leicht reden. Du hast hier deinen Raketenanzug. So. Nein, ich bin schon wieder runtergefallen. Das gibt's doch nicht. Wie ätzend ist das denn? So. Jetzt ganz vorsichtig. Ganz langsam. Zack, da ist das Ding platt. Yo, ich bin durch. Ich lebe noch. Aber jetzt müssen wir auf das Kreissägen-Dingen aufpassen. Scheiße, hat mich erwischt. Und dich auch. Nein. Ich versuch's noch fünf Minuten. Wenn wir's bis dahin nicht geschafft haben, dann brech ich hier ab. Dann müssen wir halt ein andermal probieren. Warum hast du, hast du dich jetzt absichtlich umgebracht? Ich hoffe nicht. Ich versuch's noch fünf Minuten. nur dumm rum. Ich stehe da einfach nur dumm rum. Also ich behalte den Bro in Blank. Warum bist du... Nein! Das ist doch assi. Das ist doch echt assi. Warum bringst du dich am Anfang immer um? Was ist da gerade los bei dir? Nee, jetzt machen wir noch bis drei versuchen wir noch. Ich bin ja was sowas angeht sehr, sehr ehrgeizig. Ich habe ja den falschen Knopf gedrückt. Warum springst du immer in den Graben? Ich glaube, du hast echt keinen Bock mehr, oder? Vorsicht! Ach, ich wollte nur an... Ich wollte nur, dass es brennt. Runter, runter, runter. Ich wollte nur, dass es brennt und dann schnell weg. Hat nicht geklappt. Boah, das war knapp. Das war richtig knapp. Och nee. Nicht der Brominator. Vorsicht! So, jetzt müssen wir wieder aufpassen wegen dem Sägeblatt. Scheiße. So, kommen wir nicht rüber. Ach, Mann! Ah, du lebst aber noch, ne? Mach das eben kaputt. Und dann... Ja, genau. Oh, 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 ich lebe noch. Ich bin aber runtergefallen. Nee, jetzt bin ich tot. Ja, super. Ganz klasse. Ja, und wie mache ich den jetzt kaputt? Ah, ha, ha, ha. Endlich. Ich sag noch 3 Uhr. Es ist 3 Uhr und wir haben es geschafft. Eine Urkunde? Ja, vielleicht mache ich eine. Das war es mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.